Das ist, das war Leif Sorensen, einer der besten Computerspezialisten der NATO. Ich erkenne diesen Mann. Giancarlo Trotti, Mitglied einer italienischen Spezialeinheit. Er ist kaum wieder zu erkennen. Dieser panische Gesichtsausdruck, die weit aufgerissenen Augen, so habe ich ihn nie erlebt. Er war dafür bekannt, dass er Nerven wie Drahtseide hatte, der immer ruhig selbst, wenn ihm die Kugeln nur so um die Ohren pfiffen. Na, jetzt ist er auf jeden Fall ganz ruhig, oder? Sieh dich vor, Ovic. Du sprichst gerade über einen Freund von mir. Hey, entspann dich, Trantin. Bestellst du ganz Spaß? Schluss damit, alle beide. Für derartigen Blödsinn haben wir jetzt keine Zeit. Sehen Sie sich Ihre Leichen mal genauer an. Da stimmt doch was nicht. Die Haut ist grün. Mein Gott! Sehen Sie sich mal Ihre Haut an. Ganz grün. Es ist keine normale Verwesung. Oh, was in aller Welt ist bloß mit Ihnen passiert? Gute Frage. Wenn ein Mann wie Trottie mit all seiner Kampferfahrung auf diese Weise stirbt, wer weiß, was uns dann noch erwartet. Wir sollten uns wirklich vorsehen. Ich habe ein echt komisches Gefühl. Group One hatte vier Mitglieder. John McFadden, die Ärztin des Teams, und Joseph Sashman, der englische Commander, fehlen. Ich will sie finden, und zwar lebendig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Stadt den Lebenden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen ist. Ein Grund mehr, sich zu beeilen. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht verstecken Sie sich ja irgendwo. Sie warten wahrscheinlich schon darauf, dass wir sie hier rausholen. Klar, Commander, aber wer holt uns hier raus? Ich mag Ovic. Also, Teile von Group One gefunden. Es wird definitiv versucht, uns Angst zu machen. Die ganze Stimmung ist so aufgebaut, dass es sehr aussichtslos ist. Da oben blinkt was, aber da kommen wir wohl nicht ran. Und wieder ein Kampf. Oh, zwei. Da unten rechts ist noch einer. Allerdings. Bevor wir weiter vorstoßen, sollten wir diesen Sektor sichern. Sonst riskieren wir, dass sie uns in den Rücken fallen. Ich bin beeindruckt. Eine strategische Glanzleistung. Außerdem kriegen wir so mehr Erfahrungspunkte. Also, da unten ist noch ein Viech und wir können uns nicht sehr weit zurückziehen. Das ist unpraktisch. Also, du gehst mal... Wir sollten das Feuer auf einen konzentrieren. Sonst haben wir sehr schnell ein Problem. Die Viecher konnten drei oder vier Felder gehen. Also, müssten wir hier sicher sein. Können wir von da aus den da unten treffen? Warte mal. Sie können vielleicht schräg gehen. Eins, zwei... Wenn sie schräg gehen können, haben wir ein Problem. Eins, zwei, drei... Wir müssten hier stehen, um ihn vorne links... Nee, gar nicht. Wir müssten hier stehen, um ihn vorne links zu treffen. Das ist nicht gut. Da erwischt uns der auf jeden Fall. Nee, gut, dann schießen wir auf den linken, weil wir keine andere Wahl haben. Da können wir aber noch ein Feld vorgehen. Können wir sogar noch ein Feld vorgehen, aber das... Ja, doch. Geh da hin, schieß auf den. Waffenskill verbessert. Sehr schön. Ja, aber ich denke, wir werden in diesem Kampf nicht verhindern können, dass wir gebissen werden. Gucken wir mal, was für Auswirkungen das hat. Du... Gehst da hin und schieß... Ovid war unser Nahkämpfer, ja. Pistole. Eins plus zwei, das ist mau. Und du... Da, da, da... Da kannst du ihn treffen. Nee, kannst du nicht. Okay, da kannst du ihn treffen. Den nicht, aber den. Neun plus zwei, schon besser. Ich hoffe, wir finden irgendwann eine bessere Nahkampfwaffe für Ovid. Weil die Pistole ist einfach viel zu schwach. So, du bleibst genau da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du müsstest da auch sicher sein. Okay, Runde wenden. Scheint wirklich drei Felder zu sein. So, du bist halbtot, du bist halbtot. Und versuchen wir so. Er läuft jetzt in die Richtung und schießt dabei nach Süden. So. Du läufst in Nahkampf. Wechselst auf dein Bayonett. Messerst den. Und der ist fast tot. Okay, du... Kommst da nicht hin. Das heißt, du musst ihn von oben anschießen. Dahin und benutzt dazu bitte die Pistole. Damit wir die Gewehrmunition sparen. Bitte macht zwei Schaden. Bitte macht... Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann schaffen wir es vielleicht doch noch, ohne gebissen zu werden. Äh... Wenn. Eins, zwei, drei. Joa, kommt hin. Du. Gewehr. Dreizehn. Oh, Bitch. Er hat noch neun Lebenspunkte. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall ein Gewehr. Ich gehe mal da hin. Wechsel auf Gewehr. Schieß auf Sphinx. Neun Schaden, neun Schaden, neun Schaden. Jo. Golly. Und zwei Kugeln gespart, weil wir Messer benutzt haben. Und er hat abgestaubt. Gehört schließen. Ah, soweit echt gut. Das einzige Problem, was ich wirklich sehe, ist Munition. Oh, Notiz. Hier ist der erste. Wo ist mein Stift? B, T, sechs, zwei, eins, drei. Nehmen. Oh, ne Kiste und Munition, hoffentlich. Kiste. Öffnen. Hey, Flammenwerfer und Axt und Baseballschläger. Alles nehmen. Zeigt mir ein Inventar. Oh. Oh. Es ist keine Waffengattung, die dies gillen. Es sind die einzelnen Waffen. Also, Oh, Bitch müsste ja ein richtiger Messermörder sein inzwischen. Ja, Barrierenstufe zwei. Max Schaden 10, leichte Panzerung 100%. Wenn ich ihm jetzt die Axt gebe, Max Schaden 20. Die ist aber nur Level 1. Schade. Das heißt, wenn er jetzt irgendwann Axt auf Level 20 hätte und wir finden da eine Kettensäge, was in solchen Zombiespielen jedoch öfters mal vorkommt, dann wäre er wieder Level 1. Was? Hm. Finde ich nicht ganz so toll. Aber gut. Ovis ist jetzt unser Axtmörder. Baseballschläger macht weniger Schaden. 180, 50. Du? 180, 70. Nö, das ist in allem besser, die Axt. Gut. Was ist mit dem Flammenwerfer? Max Schaden 30. Pulver betriebener Flammenwerfer vom Typ 102. Hm. Kriegt auch mal Ovisch. Wobei ich aber nicht weiß, was für einen Treibstoff der hat. Also ja, Pulver. Aber was für ein Pulver? Und haben wir davon was? Ich sehe nämlich nichts. Weil wenn er kein Treibstoff erbrauchen würde, also spieltechnisch gesehen, dann wäre es echt super. Aber das denke ich nicht. Eine Notiz, ein Transmitter. Ah, okay. Rätselgegenstände sind Gruppeninventar. Deswegen wahrscheinlich auch blau hervorgehoben. Okay. Hast du ein Messer? Ja. Genug Munition, genug Munition, genug Munition. Zurück. Da wäre ein Knopf. Aber ich will erstmal gucken, ob wir noch irgendwo irgendwas abstauben oder töten können. Das ist ein ganz schön enger Raum. Handschuhe. Gummibeschichtete Handschuhe. Nehmen. Oh, hallo. Sonst ist hier aber nichts. Raus. Hm. Oh. Oh, was Neues. Das ist eine Falle. Ach du Kacke. Immer mit der Ruhe, Traum Team. Es muss einen Weg geben, wie wir hier rauskommen. Na klar, nichts einfacher als das. Mein Plan ist simpel. Wir bleiben hier und nieten sie alle um. Das hat bisher doch auch geklappt. Du bringst uns doch alle ins Grab, Horitz. Okay. Der da sieht garstig aus. Vor allem, weil er eine Fernkampfwaffe hat. In seinem linken Arm. Und das sind irgendwelche Hunde. RC 28. Garcia. 60. Also das ist das Einfachste. Das heißt, den da bringen wir jetzt um. Ich hoffe... Ah. Oh, sehr praktisch. Man sieht, wenn man mit Maus obergeht, die Reichweite von dem, wie weit sie laufen können. Das macht das ganze Taktieren noch wesentlich einfacher. Okay. Also der kann nur bis hier hin laufen. Könnte dann eventuell in die Richtung schießen. Oder schräg runter. Das heißt, wir müssen uns dementsprechend positionieren. Erstmal darf Ovid Schran mit seiner neuen... Ne. Erstmal schießt du auf ihn. Gehst aber vorher einen Ticken näher ran, damit du eventuell mehr Schaden machst. Hoffnungskrieg verbessert. Okay. Dann gehst du ran. Und axt ihn. 15 noch. Oh, das wird knapp. Ich glaube, der wird gleich gebissen. So. Und du stellst dich genau vor ihn und schießt mit dem Gewehr in sein Gesicht. Das macht hoffentlich 15 Schaden. Nein. Okay. Dann machst du einen Schritt zurück, damit Ovid gebissen wird. Wir wollen ja nicht fies sein oder so. So. Du kannst dahin. Das heißt, wenn du gerade schießt, triffst du keinen von denen. Und wenn du schräg schießt, triffst du auch keinen von denen. Das heißt, die Jungs dürften genauso stehen bleiben können, wie sie sind. Ende des Sons. Du weißt. Oh, Witsch. Noch. Noch 10 Schaden. Oh, das ist okay. Die können echt nicht weit gehen. Die ignorieren wir also erstmal. Das heißt... Ovidch, du tötest bitte den da. Ach, das geht verbessert. Und gehst in Richtung von dem komischen Ding da. Du... Versuchst mal rauszufinden. Ah, hier kannst du ihn treffen. Aber er dich wahrscheinlich auch. Also schießt und gehst gleich wieder zurück. 14 plus 2 mittlere Panzerung. Okay. Geh mal runter. Du... Dahin. Nein. Dahin. Ja. Deren Panzerung wird auch unten drunter angezeigt. Also er hat obendrauf die Lebenspunkte. 27 von 60. Dann den Balken. Dann Gassir. Den Namen des Monsters. Und darunter was für eine Art von Rüstung er hat. Sehr praktisch. So, du gehst bitte wieder zurück. Und ich hoffe, du hast keine Flächenwaffe. Haben wir gleich ein Problem. Da ist mir die langsamen Hunde. Die sich auch schön aufteilen. Das heißt... Oder unseren Kreisen. Gehenangriff. Okay. Das ist neu. Vor allem hat er nicht eine Achse in der Hand. Ah ne, das war Trantinier. Oder Trantin. Das G ist ja stumm anscheinend. Und du lauf mal ran und hau ihn. Sehr gut. Du schießt auf ihn. Machst hoffentlich neuen Schaden. Nee. Gehst zurück. Du gehst dahin und schießt auf ihn. Sehr gut. Ziehst dich weiter zurück. Kannst du dich noch bewegen? Nein. Jetzt müssen wir uns auf den da konzentrieren und versuchen dabei, dem da auszuweichen. Oder andersrum. Aber ich denke, linksrum ist einfacher. Weil der scheint ein bisschen breiter zu sein. Vielleicht kommt... Ja. Der kommt hier nicht durch. Der kommt nur da durch. Das heißt, du... Schieß... Na ja, geh erstmal näher ran. Schießt auf ihn. Leichte Panzerung. Gehst danach da. Da dürft ihr uns nicht angreifen können, weil schräg angreifen... Verklappt hoffentlich nicht. Du gehst da hin. Schießt auf ihn. Und... Oh, ich brauche unbedingt einen Läufer zum Schräg angreifen. Oh, warte mal. Wir können den Flammenwerfer testen. Flammenwerfer. Da unten ist eine komische Anzeige. Trifft das den? Nö. Ähm. Das war jetzt einen Ticken zu nah ran. Na gut, gucken wir mal. 16 plus 2. Und der brennt anscheinend. Lauf. Ja, aber das sah so aus, als wenn sich das immer regeneriert in einer Zeit. Also jetzt ist die Anzeige, oh, der kann wohl ein paar Runden nicht schießen. Oh, ein Feuer macht Folgeschaden. Ja, macht Sinn. So, kannst du jetzt schräg angreifen? Nein. Sehr gut. Aber du kannst Ovid speisen. 14. Und der hat einen komischen blauen Film bekommen. Ja. 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 Vielen Dank.